Das Hotel Las Pyramides liegt in Playa de las Americas in Teneriffa. 29% der Gäste empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben 16 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,4 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 16 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,3 von 6 Sonnen, Sport- und Unterhaltungsprogramme. Ein Großteil der Gäste ist zufrieden mit den Sportangeboten und Unterhaltungsprogrammen. Bewertet werden diese mit 3,9 von 6 Sonnen. Zimmer. Akzeptable 3,5 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Hotel Allgemein. In der Kategorie Hotel Allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,2 von 6 Sonnen. Gastronomie. Es sind zwar keine Sterneköche am Werk, aber für eine solide Wertung von 3,1 von 6 Sonnen hat es gereicht. Service. Für den Service vergeben die Gäste des Hotels 3 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.